okay vor dem wir das noch mal testen wir waren noch mal der wirbel der will auch war und dann okay ich muss hier lang das wollen wir doch gleich mal testen weil ich gucke mir ja meine wie gesagt meine videos ja selber an also meine kampftechniken manchmal ok wenn natürlich ein stiel im weg ist natürlich ein bisschen blöd wo seid ihr? warte aber wieso macht er denn das nicht? ja ich stelle mich da auch noch ein bisschen blöd an ok was das Campsman geht stelle ich mich vor noch ein bisschen blöd an gut ich hätte ja auch eine andere Waffe nehmen können und wo ist er? oh ich stehe schon wieder fest hier oh shit oh hier kommen wir nicht weiter oh es sind zwei so eine Viecher drei so eine Viecher glaub ja wohl er hat hackt oder was weg 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 oh was machst du denn hier? also ich ne die will ich nicht die will ich ne die will ich ok das ist eigentlich nichts mehr aufgeladen oder macht sich mein ne das ist alles leer ok das verliere ich erstelle ich mich nicht so gut das lecker ok die Waffen sind alle leer wo ist er nicht mehr boah da werden hier mal mehr da werden da werden hier ich geb nicht auf hier Was ist der Chi wenn du es brauchst? Oh, ich fass es ja nicht. Mh, alter Falte. So many helfen können hier? Oh, ich fass es. Oh Gott, hier war nichts. Hier habe ich auch nichts vergessen. Hier ist doch irgendwo Pinke Pinke. Wo ist das? Das ist echt schon wieder nicht. Ach, scheiße, Pinke Pinke. Ach, jetzt habe ich es. Oh, ich sollte mir erst mal Ski holen. Was haben meine Waffen überhaupt? Okay, da habe ich noch 60 Schuss. Gerade mal. 34, 72. Ich glaube, die bringt ja sowieso so wenig hier. Ich zerstöre schon wieder so wenig Kisten. Okay, das ist eine Explosionskiste. Die nehmen wir natürlich nicht. Was sind das für Fische? Ah, das sind doch die mit ihren... Oder? Ne, können wir ruhig mal die nehmen hier. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Das ging ja mal. Na, können wir gerade doch mal aufhiel. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh, Munition... Ne, das ist Ski. Blau ist ja Ski. Wo ist er denn? Hier? Ne. Hier drin? Hä? Hier in der Kiste hier? Hä? Glückskeks... Hallo! Ich will meinen... Blaues Haar. Machst bestimmt oben drüber. Ok. Unm. Wenigstens dud. Achso, ah shit, ich bin hier aufgeladen. Noch wieder ein Glückskeks. Ein Checkpoint. Komm her, you pussies! Hä? Ja, hallo? Achso. Achso, fehlt noch irgendwas? Okay, dann fehlt hier wohl noch irgendwas. Ich sollte wirklich mal öfter auf mein Radar da oben gucken. Hier oben ist bestimmt der Chi. Gut, hier weiter ist nichts. Boah, halte. Komm mal ganz ruhig. Nee, ich gehe erstmal da oben die Treppe hoch. Weil ich glaube, da ist irgendwas zum Aufladen. Hoffe ich. Klar, blinkt es doch blau. Supi. Okay, hier muss ich nicht lang. Okay. Den Checkpoint hatte ich schon. Ja, hier ist ausgerechnet hier ist jetzt nichts zum Waffen aufladen. Ach, Mensch. Was haben wir denn hier noch alles? Dieser, das litte Ding. Achso, überhaupt. Das hast du drücken hier. Hm, 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 hm. 60 Schuss. Oh, 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 oh. Was sind das hier überhaupt für ein Vieh? Oh, oh, wo bist du? Das viel sieht ja ekelhaft aus. Ach, das ist doch das Riedendenken. Alles klar. Hat er mich jetzt gesehen? Nö, noch nicht. Hä, bin ich hier verkehrt? Ach, soll ich einfach hier runterspringen oder was? Nee, sowas mache ich nisch. Warte mal, ich nehme mal ein Ding zu der Hand. Komm, er hier. Oh Mist, genau daneben gesprungen. Kleiner Trottel. Na ja, wenigstens ab und zu, dass man jetzt klappt wird. Ach, jetzt kommen die kleinen Flieger hier schon wieder. Oh Gott, ich bin jetzt wieder fast weg vom Fenster hier. Oh, ich hänge fest in der Lampe hier. Oh Gott, ich bin jetzt wieder fast weg. Oh Gott. 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 Ja, Rückzug ist manchmal die beste Verteidigung. So, was habe ich mir denn jetzt eben gerade genommen hier mit den Schwertern? Achso, das war der Checkpoint. Hatte ich das aufgeladen? Okay, dann muss ich noch mal ganz kurz ins Inventar gucken, ausrüsten, ne, wo war denn das hier mit den Waffen? Ach da, Waffen. Ah, ja, die will ich haben. Geht das nicht. Okay, und wie kann ich die jetzt nehmen? Ja, die will ich jetzt haben. Hallo. Achso, hier. Warte mal. Die weg, ne? Oder wie war das jetzt hier? Ah, shit, wie war denn das jetzt hier? Ich will die jetzt nehmen. Doppel. Edelstellen einführen. Waffe wegpacken. Ja, mit Rechtsklick. Ich will sie haben. Ach, nee, mit wo war denn das jetzt wieder hier? Okay, kann ich auch noch was machen? Ach, die kann ich auch noch... Die kann ich auch noch aufwerten. Okay, scheint mal alles zu sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich die Safe jetzt nehmen kann. Ah, nee, Platz wechseln. Minus. Ah. So. So, die Pistole brauche ich nicht. Nehmen wir mal die hier. Hä? Ah, Quatsch. Das war ja... Juhu. Gut. Gut, den hier hätten brauche ich nicht. Gehen wir mal weiter. Mal sehen, was die Waffen können hier. Geht das auch mit dem... Juhu. Wo ist er? Meine Fresse, das sind doch Geräusche hier, du. Nichts verkommen lassen hier. Hier. Jetzt wieder Big Munition hier. Ja, siehst du, ein bisschen habe ich wieder aufgesammelt. Aber hier ist doch... Nee, hier ist nichts mehr. Geht's hier noch weiter? Nö. Ja, ich sollte doch mal langsam wieder mal... Ich muss einfach durchlatschen. Weil ich habe mir so gedacht, wenn ich mir hier jede Kiste angucke und jedes bla und so, dass euch das langweilig ist. Aber ich brauche ja die ganzen Kisten. Halt! Die Waffe würde ich haben. Ihhh, was hast du denn für eine? Wir Sind wir gerade. Ja. Ja.